Wenn wir drei da draufhauen und das schon so ein Radau macht, was passiert denn dann, wenn ich 1200 Golfbälle da raufstürzen lasse? Stopp, 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 wunderschön. Auf, gib ihm und dann rennen, laufen da leben. Auf die Plätze, fertig, oh mein Gott, wie geil! Das Schlachtzeug ist im Eimer, aber das war ja auch zu erwarten.